Sind alle? Ich bin da. Paul fehlt noch. Ja. 3, 2, 1, okay. Auf geht's! Los, 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 Mädels! Und Jungs. Ja. Ah! Eben! Wie alle so schön saaakefallen. Backpoint sind irgendwie heute nicht so meins. Irgendwie komme ich wirklich eher zum Leveln, wenn ich mit der Gruppe unterwegs bin. Ich mache einfach immer irgendwo, wo ich einen Hauptquest habe. Das level ich einfach auch meistens so dieses Rennen. Weil meistens hast du ja einen Hauptquest bei irgendeiner Fraktion. Und da gibt es auch immer irgendeinen Rennen. Und das mache ich dann, bevor ich den Hauptquest weiter mache. Außer bei der GED. Ja, aber wenn du zum Beispiel ein Norflink bist, kannst du das dann der Baroness machen. Hm. So mache ich das immer. Und so kriege ich das auch relativ gut. So. Best erster Sabrina. Du oder ich. Kannst du später dir angucken. Ach maaaannn. Hm, klar. Kannst dir angucken, dann. Da, ich werde sagt nein. Hm hm. Der hat gerade irgendeinen Kopf geschüttelt. Oh, ich habe hier noch gar nicht der Arbeiten gemacht. Ich habe hier noch gar nicht der Arbeiten gemacht. Mühle Mühle Mühle. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Hehehe. 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 Was ist jetzt los? Ja, ich wollte gerade über die Mauer springen, aber dann wird der Computer sagt nein. Weiß. Hehehe. Ich hab da doch drangepist. Ah ah! Ich auch. Genau in den gleichen Zahn. Sieht so weit. Er liebt den Zahn, oder? Hehehe. 3, 2, 1, ok. Also Sabrina, dein Pferd verweckt echt alle. Ja, klar ne. Ist ja auch der Größte. Sabrina fährt bei mir. Emi auch. Ich warte so wieder, was denn das ist. Das siehst du dann. Ich war dein Kanal abonniert. Ich hab dich abonniert. Ich auch. Oh. Tu uns nicht, wa? So sieht's aus. Emi, Emi, Emi. Ja, ich kenne ja mal so viele Abonnenten, aber ich habe ja gar nicht. Ah. 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 Was ist das? Oh, wow. Lisa ist hinter mir. Ganz dicht auf den Fersen. Drenn weg, du willst Dressen. Ne. Paul, ähm, Lisa knabbert doch gerne an dir rum. Das, das macht sie nicht an mir. Ich weiß nicht, ob mein Pferd das macht. Ich weiß nicht, ob mein Pferd das macht. Ich weiß nicht, ob mein Pferd das ist bei ihr. Okay, Lisa. Lisa ist zweit im Ziel. Super Höchstleistung. Da unten kommt Emi angaloppiert. Paul? Da unten kommt Paul! Da kommt Paul! Guckt mal Mädels! Da ist er! Wow, wo reitet der? Da ist er! Guck! Da! Da steht er! Ja, da ist er! Guck! Guck Paul! Guck Paul! Guck Paul! Neeeeeinnnnnnn. Ok, wir warten. Jaaa! Jaaa! Bei mir ist das Einzige mit dem alten Spiel. wieder ja 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 Paul, nutz mal dein eigenes Mikro oh ha 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 machen wir erstmal an zwei Leute wobei schon dann, wuhuu zwei drei vier und drei, zwei, eins, okay ich hab' gerade vier ja ich hab' sechs ach verdammt sieben ich hab' auch fünf sechs acht sieben neun neun zehn zehn ich auch elf zwölf elf angekommen zwölf ich auch ich ne, ich war zu langsam angekommen und zur fünf erst fünf 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 sechs fünf 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 vier fünf das ist bei paul vom Komm. Machen wir jetzt Mali? Ja. Okay. 1, 2, 3, 3, 2, 1, okay. Auf geht's. Uh. Ja, so viele auf einem Haus und den verkackt ich immer nicht. Oder so leid, weil dieser Rina mir ins Bild springt. Das hast du auch immer gerne, wenn ich dir ins Bild spring. Ich nehme mich genau, wo ich abspringen muss. Ja, das ist mir auch noch bei mir mit dem Pferd. Der Pferd auch schön in den Bildschirm rein. Immer. Wow, festgesteckt am Hindernis. Ich nicht, und Paul auch nicht. Paul kommt jetzt ins Ziel. Paul, was machst du denn da hinten? Ich warte auf Sophien, aber nee, ich fühl's nicht so ran. Wir haben nur noch ein 4. Das reizt mich auch mal. Also ich weiß ja nicht, geht. Ihr müsst unbedingt schneller leveln. 3, 2, 1, okay. 3, 2, 1, okay. 1, okay. das war langsam. Ich hab selber keine Schleifung. Okay. Jetzt zur Baronesse oder hinten? Oben hoch immer.